weil jetzt gerade läuft es doch wieder das ist verdammt gut ich weiß zwar nicht wieso der jetzt nach unten gelenkt hat plötzlich aber ja toll springt mir beide auf die birne ihr seid doch scheiße goldraum und wir haben echt verdammt ok jetzt haben wir noch holy water don't split it ach so wie so genau stelle ich mich gerade so dämlich an wegen der scheiß leiter bleibe ich daran hängen und ich habe mich gerade schon gewundert wieso ich manchmal einfach nicht weiterlaufen obwohl ich das eigentlich möchte so machen was ganz einfach wir wollen entschlüssen mitnehmen und gehen dann direkt hier nach links weiter wieso was wieso lädt er so lange auf das gefällt mir gar nicht jetzt läuft es nämlich gerade schon wieder nicht mehr so schön so wie ich mir das vorstelle ha blöde penner viecher ok was haben wir hier drinnen bomben die wir eigentlich so nicht brauchen aber ich nehme sie mal die wollen wir natürlich auch alle haben weil wir sind übelst geizig und die normale last ja hallo ok ich weiß nicht wieso aber irgendwie lädt er jetzt ewig auf seitdem ich das holy water hier ist ab das war das was eben noch tierstone war das wirkt unser phd oder wie das hieß und ich habe nur noch halbes herz das ist nicht schön nein nein bitte lasst da leben drin sein oh gott woher nein helfe ab ich brauche leben leute moment das hier sieht doch verdächtig nach secret room aus oder auch nicht das hier okay jetzt müssen wir uns die zeit nehmen weil ich brauche leben das ist nicht euer ernst ich könnte kotzen also richtig gerade gut müssen wir halt eben irgendwie denn was nicht schaffen weil den kriegen die ich garantiert nicht mit einem halben herzen oder auch doch yes okay oh man oh man es wird doch wieder ein ziemlich langer part wie ich merke beziehungsweise werden wieder zwei ich werde das wieder splitten und das war gerade verdammt nochmal viel glück ich weiß nicht wieso ich so jetzt singe brother bobby hat einen getötet der ist voll nützlich schwupp diesmal eine gute bombe aber ich will leben leben automat gibt mir leben nicht geld leben ich meine zum leben braucht man geld aber ich brauche herzen gibt mir herzen ganz viele wow fliegen will ich auch keine oh komm schon ey das kann doch nicht sein oh pretty fly das ist gut herz 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 noch ein wow jetzt meint das gut der dollar oh mein gott oh mein gosh das ist geil das ist richtig geil okay jetzt kann alles kommen ist mir egal achso hier gibt es gerade derp so dann gehen wir hier mal weiter also im endeffekt gehen wir wieder zurück und hier nach oben und das hier gefällt mir doch schon wieder nicht äh nein 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 damit war das alles für umsonst aber wir kriegen blaues herz immerhin also wir sind noch nicht direkt tot bei einem hit das ist erlösend cancer cancer wollen wir haben cancer macht uns mehr schaden und ich habe keinen schlüssel das ist irgendwie so ein bisschen scheiße was haben wir da nix gibt kannst du ihn anders kaputt bomben aber nicht mich hier ist der sich getrun was haben die feuer neben nein keine leben okay dann eben nicht so was mal hier stehe doch lad den schuss auf laser so oh gott nein 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 oh yes 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 danke lieber lebensautomat danke du bist scheiße okay also wir können uns theoretisch jetzt noch ewig an diesem automata austoben aber ich bin eigentlich nur noch ein paar järzen also um genau zu sehen auf 1 wenn es irgendwie geht so dann kann das eigentlich nicht dauern weil er gibt ja doch relativ oft normalerweise oder wird zu stellen ist einfach natürlich kommt kein so aus wieso aber wir haben wieder unsere 99 münzen und wir suchen wieder mal den boss aber nicht gut geht alle weg ok schwuppdiwupp so also ich habe jetzt ein schlüssel wir können in den goldraum und den wollen wir auch noch haben weil das der letzte überhaupt hier und irgendwie haben die gerade keinen bock irgendwas zu machen diese komischen dinge oder ich bin einfach zu schnell das nähe eigentlich nicht kacke item verdammt ähm hm schwupp gucken wir mal hier rein ich will noch wissen was hier ist hier sind ein paar tote gegner und noch mehr tote gegner und lad auf und du da halbes herz sehr schön ganzes herz noch viel schöner ich weiß nicht wie ich das jetzt geschafft habe das war auch schon wieder knapp so darunter wir sind jetzt bei marmen wenn ich mich nicht total vertue glaube ich zumindest oder genau wir sind bei marmen okay so wie es aussieht wird es einfach nur buggy angezeigt aber funktionieren tut es genauso wie sonst also schießt dahin wo es soll ich verstehe ich nur nicht so ganz was das an sich soll aber nein, 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 nein ich hasse es ach so wir haben okay versuchen wir es noch mal lasst mich einfach in ruhe gehen einfach nur sterben in der hölle boah das war dumm das war richtig blöd was soll das denn ich krieg war nicht mehr tot ich bin zu dämlich naja war ein geiler run ich habe es wieder mal verkackt weil ich dafür zu blöd bin wir sehen uns beim nächsten mal und tschüss